Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Veranstaltung unserer diesjährigen Poetik-Dozentur. Vor allem aber begrüße ich die Trägerin dieser Dozentur, Iris Harnika und Bert Rebhandel, der heute mit Iris Harnika über den Transfer-Literatur-Film sprechen wird. Ich werde das Gespräch moderieren. Mein Name ist Claudia Liebrand. Die meisten von Ihnen haben, hoffe ich, vor zwei Wochen die Auftaktvorstellung gesehen, gehört. Die Poetik-Vorlesung Based on a True Story, die Frau Harnika gehalten hat. Handelte es sich vor zwei Wochen um ein tendenziell monologisches Format. Bei Vorlesungen ist das nun einmal der Fall. Geht es heute dezidiert darum, ins Gespräch mit Iris Harnika zu kommen. Die Kölner Poetik-Dozentur Translitt hat mit anderen Poetik-Dozenturen wie Könntes Anderes Sein viel gemein. Sie verfügt aber auch über ein Alleinstellungsmerkmal. Ist jedoch besonders an medialen Verflechtungen von Literatur interessiert. Der Fokus liegt also auf trans- und intermedialen Fragestellungen. Literaturverfilmungen nun sind Paradebeispiele für solche transmedialen Konfigurationen. Was passiert? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Wenn Literatur in ein anderes, ein audiovisuelles Medium gerät, ins Fernsehen kommt, wenn Literatur zu filmen wird. Dieses Los hat Iris Harnikas Roman Treffen sich zwei ereilt. Der Text wurde 2015 von Ulrike von Ribbeck verfilmt. Genauer, darüber sprechen wir vielleicht gleich noch, wurde gedreht nach Motiven von Iris Harnikas Roman. Erlauben Sie mir eine Einführung von, sagen wir, so etwa acht Minuten. Ich bin sehr glücklich, dass wir Herrn Rebhandel für diese Debatte gewinnen konnten. Er ist seit 1993 freier Journalist und Autor, zunächst in Wien, ab 2000 dann in Berlin. Herr Rebhandel schreibt für verschiedene Tageszeitungen. Ich kenne ihn vor allem als Filmkritiker in der FAZ. Seit 2009 gibt er gemeinsam mit Eckehard Knöhrer und Simon Rothöhler das Magazin Cargo Film Medien heraus. Vorgelegt hat Herr Rebhandel auch eine ganze Reihe von Büchern, unter anderem über Orson Welles, über das Genre Western, über den Filmklassiker Der dritte Mann. Im letzten Jahr erschienen ist ein Buch zu Jean-Luc Godard mit dem schönen Untertitel Der permanente Revolutionär. Iris Harnikas ist ja bereits vor zwei Wochen ausführlicher vorgestellt worden. Deshalb beschränke ich mich für diejenigen, die neu zu unserer Veranstaltungsreihe hinzugekommen sind, auf wenige Bemerkungen. Frau Harnikas ist in unserem Zusammenhang interessiert, dass ausgebildete Germanistin. Sie betont aber immer wieder, dass sie keine Literaturwissenschaftlerin sei, sondern das Studium zur Ausbildung als Schriftstellerin begriffen habe. 1992 publizierte sie ihr erstes Buch, Katharina oder die Existenzverpflichtung. Iris Harnikas hat eine ganze Reihe von unterschiedlichen Projekten verfolgt und publiziert, auf die ich hier aus Zeitgründen nicht eingehen kann. Ihr letztes Buch, der Roman Echos Kammern, erschien im letzten Jahr. Echos Kammern für den Text erhielt Frau Harnikas bereits den Hermann-Hesse-Literaturpreis. Echos Kammern steht auf der Shortlist für den diesjährigen Leipziger Buchpreis. Iris Harnikas wurde mit einer ganzen Reihe von weiteren Preisen geehrt. Genannt sei nur der Hans-Fallada-Preis, der Literaturpreis der Europäischen Union, der Preis der Literatur Nord. Sie hat Stipendien wahrgenommen, zum Beispiel in der Villa Massimo in Rom. Der Roman, um den es heute gehen wird, treffen sich zwei Zierte 2008, auch die Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Nachdem ich Ihnen Iris Harnikas und Bert Rebhandel vorgestellt habe, gehe ich jetzt noch kurz auf den uns heute interessierenden Romanen, treffen sich zwei ein und sage auch noch ein paar wenige Worte zum Fernsehfilm, bevor wir dann ins Gespräch einsteigen, in die Lesung, in die Vorführung der Clips und so weiter. Treffen sich zwei. Der Roman, der so beginnt wie manche Witze, ist von der Kritik hymnisch und damit übertreibe ich kein bisschen gefeiert worden. Jörg Drews beschließt seine Rezension in der Süddeutschen Zeitung mit den Sätzen. Da wird vom rührenden Glück zweier Tölpel erzählt. Durchaus heutiger Tölpel in durchaus heftig heutiger Sprache. Naja, wie die Leute halt so in Berlin reden. Und dann wird auch wieder ganz albern schwebend erzählt von Momenten, in denen die beiden lächelnd und zart einverstanden sind, damit in der Welt zu sein, in diesem Moment, in dieser Stadt. Und das Tolle ist, dass man tief bewegt, mit den beiden sympathisiert und denkt, so geht es manchmal auch. Ja doch, solche Erfahrungen gelungenen Lebens kann man bisweilen schon machen. Und endlich kann ich mich mal lesend mit einer geglückten Liebe amüsieren, und zwar nicht unter meinem Niveau. Das hat mit ihrer Prosa die Iris Hanecker getan, schreibt Jörg Drews. Ingeborg Harms in der FAZ beginnt mit einer Diagnose. Es ist das Kreuz der großen Liebe, dass alle Worte für sie längst verbraucht sind. Und fährt fort, zwar sei die große Liebe immer klischeereich, doch, ich zitiere, je größer die Beziehungskrise, desto weniger sperrig wirkt das sprachliche Treibgut. Es wird zum Feuerholz der lodernden Gefühle und kocht die kühnsten Metaphern auf. Treffen sich zwei ist ein aufregendes Buch, weil es nicht am Nullpunkt der Authentizität stehen bleibt, sondern in der vorgeprägten Sprache unbekümmert seinen Weg sucht. Harms verweist, wie viele andere Rezensentinnen und Rezensenten, die haben nämlich alle Germanistik studiert, auf die Kleistbezüge des Romans. Haneckas Lehrmeister sei Heinrich von Kleist, der die unerhörte Wendung der Novelle zum Erzählprinzip gemacht habe. Aber Iris Haneckas Roman referiert nicht nur auf Kleist, auf Penthesilea, die Verlobung in Santo Domingo und weitere Kleist-Texte, sondern ist durchzogen von einem intertextuellen und intermedialen Netz von Bezügen. Es gibt eine neuseeländische Master-Thesis aus dem Jahr 2013, die hunderte direkte oder indirekte Zitate auflistet. Kleist, Goethe, Rilke, Ben, Walter von der Vogelweide, Filme, zum Beispiel Matrix, zahlreiche Popsongs, Wagner-Opern und so weiter. Und diese Abschlussarbeit hat sicher das Netz an Referenzen nicht vollständig freigelegt. All das wird aufgeboten, um von der Liebe zwischen Senta, einer verkrachten Geisteswissenschaftlerin, die nachmittags in einer Galerie jobbt, und Thomas Altieler, Systemberater, zu erzählen. An äußeren Geschehnissen gibt es nicht viel, was passiert. Die Stimmung, die Gefühle, die Seelen- und Bewusstseinslagen beider Figuren werden aber mit großer Ernsthaftigkeit und Akribie dennoch verspielt und mit ironisch doppeltem Boden zur Darstellung gebracht. Der Roman mutet in seiner Verflechtung von Intertexten und Genres immer wieder wie eine Partitur an. Auch am Schriftbild lässt sich ablesen, dass die Autorin immer wieder mit mehreren Strängen jongliert, in Rekte, Kursiv oder in Kapitelchen gesetzt, die kunstvoll ineinander verwoben werden. Choreografiert werden im Roman Textabschnitte, die unterschiedlichste Textsorten aufrufen, von szenischen Episoden über Landschaftsarchitekturessays bis zum Stream of Consciousness. Trotz dieser formalen Kaprizen fehlt es dem Roman nicht an Bodenhaftung. Wir haben es dezidiert mit einem Berlin-Roman zu tun. Die Topografien, auf die rekurriert wird, sind überaus präzise geschildert. Als Kölnerin beklagt man nach der Lektüre von Treffen sich zwei entweder das eigene provinzielle Nicht-Berliner-Tum oder ist Gottfroh, dass man sich in den Berliner Soziotopen nicht aufhalten muss. Verfilmt wurde der Roman von Ulrike von Rivek. Filme dieser Regisseurin wurden mehrfach international ausgezeichnet. Gemeinsam mit Ruth Remed schrieb von Rivek das Drehbuch zu Hanikas Treffen sich zwei und führte 2015 auch die Regie beim Filmdreh. In den Hauptrollen treten Nicolette Krebitz, die wundervolle Nicolette Krebitz, und Clemens Schick auf. Die Reihe, in der der Film im ZDF gezeigt wurde, hieß Shooting Stars, junges Kino im Zweiten. Das ist die Sommerreihe des kleinen Fernsehspiels. Auch die Verfilmung wurde freundlich, wenn auch weniger freundlich als der Roman besprochen. Man lobte den Pfiff und die Leichtigkeit, die der Film vom Roman zu fassen bekommen habe. Es handele sich um einen kleinen Triumph der sorgfältigen Inszenierung und einer zumindest nicht zur Unkenntlichkeit entstellten Vorlage. Beginnen wir mit dem Roman, Frau Haniker, bevor Sie gleich etwas lesen und wir uns dann zwei Clips aus dem Film anschauen. Grundlage des Fernsehfilms war ihr Text, tatsächlich eine Liebesgeschichte. Was hat Sie an dieser Love Story interessiert? Was war Treffen sich zwei für ein Projekt für Sie? Treffen sich zwei war ein Projekt des Glücks, könnte man sagen. Ich hatte die erste Idee, die erste Idee hatte ich, das steht auch in dem Buch, also in dem Lokal, das im Buch, glaube ich, O-Paradies heißt. Ja, genau. Da saß ich und war glücklich und dann habe ich gedacht, hier, so muss es anfangen. Und außerdem hatte ich kurz davor so eine Doppelbiografie über Arthur Schnitzler und Adele Sandrock gelesen. Und da stand drin, dass Arthur Schnitzler ja hauptsächlich über Liebessachen geschrieben hat. Und dann habe ich gedacht, ach, das darf man, weil ich immer dachte, man muss irgendwie über wichtigere Dinge sprechen. Und ja, und dann habe ich gedacht, jetzt kann ich auch einen Roman schreiben, das wollte ich ja eh schon immer. Also, und es war diese, in einem glücklichen Moment hat es begonnen. Und es war die ganze Schreibarbeit war ein Glück, weil ich ja immer gerne schon einen Roman hatte schreiben wollen. Und ich glaube, dass er deswegen auch ganz gut geworden ist. Ich glaube, das finden nicht nur Sie, das finden wir alle. Darf ich fragen, wie es zu dem Verfilmungsprojekt kam? Haben Sie mit dem Gedanken gespielt, selbst das Drehbuch zu schreiben? Wollten Sie gern, dass Ihr Buch ins Fernsehen kommt? Nee, das habe ich ja aber in der letzten, bei dem Vortrag auch erwähnt. Das haben sich, weil es eben dann so ein bisschen auf, also weil es so ein paar Borei gab um das Buch her, also weil es da eben nominiert wurde für den Deutschen Buchpreis, was wirklich sehr interessant war. Mein erster Gedanke war, so war das nicht gedacht. Also ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie an diesem praktisch offiziellen Literaturbetrieb teilnehmen würde. Aber da war eben diese ganze Aufregung und so. Und dann haben sich auch Filmproduktionsfirmen gemeldet, die das gerne verfilmen wollten und haben dann aber gesagt, es geht nicht. Und es hat mich gefreut, weil ich dann dachte, ja, es ist eben, es geht eben nicht um eine Story oder so, sondern es geht praktisch um alles, um alles, um alles, was dieses Buch ausmacht. Dann hat sie ja einige Jahre später eben Frau von Riback gemeldet und wollte das auch machen. Und sie hat ja dann auch, also sie hat sich dann auch mal mit mir getroffen. Also sie brauchten, um irgendeine Drehbuchförderung zu kriegen, brauchten sie so meine Okay, ob es okay ist, wie sie das machen. Und ich habe dann gesagt, ja, ist okay. Dann gab es auch noch eine andere Autorin, also es hat auch ein bisschen gedauert. Und Frau von Riback hat das ziemlich, also nicht ziemlich, aber so hat schon einige Änderungen vorgenommen. Und hat es, also nicht nur Frau von Riback, sondern es gibt noch die andere Autorin, der Namen ich gerade vergessen habe. Frau Remet. Ja, Frau Remet, die habe ich gar nicht kennengelernt. Und also es ist dann quasi länger und die Figuren sind auch ein bisschen anders und es ist auch alles okay. Also es ist eigentlich alles okay. Ich stelle was anderes. Ich würde jetzt vorschlagen, damit wir beide Medien hier sozusagen auf unsere virtuelle Plattform holen, dass Sie einen Ausschnitt aus Ihrem Roman lesen und zwar der, in dem die beiden Figuren zum ersten Mal im Bett landen und in dem viel Kleist vorkommt, das hören wir jetzt. Und dann wird es zwei Ausschnitte aus dem Film geben. Das ist der erste Clip, zeigt das erste Kennenlernen bis zum ersten Sex. Und die zweite Szene ist so eine Szene, in der die Protagonistin dem Geliebten in seiner Firma nachspioniert. Aber wir beginnen jetzt mit der Lesung. Frau Hanika. Gut. Ja, also ich möchte dazu sagen, aber darauf kommen wir bestimmt noch, dass ich eben immer sage, es geht in diesem Buch eigentlich nur um das eine. Also die zwei Hauptfiguren, für die geht es nur um das eine. Es wird aber nicht geschildert. Und als ich jetzt gestern mir diese Stelle nochmal angeguckt habe, habe ich gedacht, es wird ja doch ein bisschen geschildert. Und es wäre mir jetzt schon fast zu viel. Also jetzt würde ich das anders schreiben. Aber egal, ich fange jetzt an. Und es sind eben, und die Zitate, die es dazwischen gibt, die sind durch Kursivierung gekennzeichnet. Und ich werde es vielleicht dann auch beim Lesen sagen oder kennzeichnen irgendwie. Und als sie endlich im selben Bett miteinander lagen, nachdem Thomas Senta die Kleider vom Leibe gerissen und sie ihm dabei geholfen hatte, während umgekehrt er ihr half, den Gürtel zu öffnen, der ihm seine fast dunkelblauen Jeans am Leibe hielt und sie ihm aus seinem dünnen weißen Hemd mit den dünnen blauen Streifen herausgeschält hatte, als sie endlich nichts auf dem Leibe mehr trugen als sich selbst und Sentas Bett einer schweren Belastungsprobe unterzogen, und da war alles ganz einfach geworden. Für Thomas sowieso. Jetzt was Kursiviertes. Was weiter erfolgte, brauchen wir nicht zu vermelden, weil es jeder, der an diese Stelle kommt, von selber liest. Weiter im Text. Interessanterweise aber auch für Senta, die weder daran dachte, dass der Nagellack auf ihren Zehennägeln schon zur Hälfte abgerieben war und nicht mehr hübsch aussah, noch daran, dass ihre Brüste nicht straff nach vorne standen, sondern eher hingen und im Liegen zur Seite fielen, und auch nicht daran, dass über ihre Hüften helle Streifen wie Schwangerschaftsnarben abwärts führten, weil sie sich beim Heranwachsen nur von Zucker ernährt hatte, wovon ihr die Haut geplatzt war. Tatsächlich dachte sie überhaupt nicht daran, wie ihr Körper aussah und wie er auf einen Mann wohl wirkte und musste darum auch nicht überlegen, welcher seiner Teile zuvörderst zu verbergen war, was ja sowieso ein schweres Unterfangen ist, wenn man gar nichts am Leibe trägt und viel Bedenken und Verrenken erfordert, bislang jedoch stets zu ihrer Zufriedenheit bewerkstelligt worden war, worüber sie noch jedes Mal die Befriedigung vollkommen vergessen hatte. Weil sie also in dieser Nacht gar nicht überlegte, wie sie von außen aussah, sondern stattdessen ganz in sich drin war, sodass sie sich mit ihm, als außerdem er in ihr drin war, tatsächlich bei sich traf statt draußen auf den Beobachtungsposten ihrer erworbenen Vorstellungen, begegneten sie sich von gleich zu gleich. Wie füreinander gemacht waren sie und zugleich ein jedes für sich, unendlich weit und riesengroß, und füllten sich dabei doch ganz und gar aus und waren darum auch beide gänzlich überwältigt von dem, was ihnen hier so unerwartet, wenn auch lang erhofft, geschah. Jetzt kommt wieder eine kursive Stelle. Ende. Gleichermaßen war von dem Fremden für das Mädchen nichts zu befürchten, jedoch konnte dieses so viel nicht einsehen. Mit einer solchen Gewalt nämlich war das Glück über Senter hereingebrochen, dass ihr, an solches nicht gewöhnt, schon bald, kaum das voneinander sie sich gelöst hatten, Angst und Bange ward, während er, der von ihr wie umgekehrt sie von ihm, außer dem Vornamen nichts weiter wusste, lenkelnd leicht zu reden begann und nicht auf Glück und Gewalt das Gespräch lenkte, sondern bei den naheliegendsten Dingen anfing. Sie lagen einander zugewandt unter dem Laken. Thomas legte seine Hand auf ihre Wange und lächelte sie an. Senter, sagte er, und sie lächelte zurück und spürte, wie ihr die Wärme in eben diese Wangen stieg, die zwischen seiner Hand und ihrem Kopfkissen so vollkommen geborgen waren. Wo hast du denn den Namen her? Und gleich hörte sie wieder auf zu lächeln und erlosch ihr Gesicht. Wenn er jetzt von Senter Berger anfängt, österreichische Schauspielerin und Produzentin, geboren 1941 in Wien, dachte sie, fürchtete sie, dann ist alles aus, dann ist alles aus. Und darum, weil sie fürchtete, dass gleich alles wieder aus sein würde, stiegen ihr einmal mehr die Tränen hoch. Und als er sah, wie ihre Augen feucht wurden, verschwand auch aus seinem Gesicht das satte Glück und erschien an seiner Stelle die Sorge. Denn er hatte inzwischen vergessen, dass Senter ohne jeden ersichtlichen Grund und offenkundig auch zu jedem beliebigen Zeitpunkt losheulen konnte. Vielmehr hatte er gar nicht in Erwägung bezogen, dass diese Heulerei ein wiederkehrendes Ereignis sein könnte. Das war jetzt eigenartig. Senter merkte es selbst. Sie waren beide von einer dünnen Schicht aus Lehm überzogen, der schon zu trocknen begann und sie zu großen Tonfiguren machen würde, wenn sie nicht dagegen steuerten. Ich hole mal ein Glas Wasser, sagte sie darum und zog ihr Gesicht unter seiner Hand hervor und ihren Körper aus dem Bett heraus und den Bademantel an, der neben ihrem Bett an einem Haken hing und Thomas sah ihr zu und sah ihr nach, wie sie das Zimmer verließ. Dann schaute er kurz an die Decke und das satte Glück strömte in seinen vollkommen entspannten Körper zurück. So hätte er sterben können, aber daran dachte er gar nicht. Auf solche Gedanken kamen überhaupt nur Senter. Thomas hingegen schloss die Augen und schlief sofort ein. Vielen Dank. Großen Dank. Wir haben einen ganz kleinen Eindruck von der Musik des Textes. Jetzt werden die beiden Filmclips eingespielt. Für Senter meine Liebe und Muse, Rainer. Ich heule schon meistens wegen Männern, aber ich habe auch schon geheult, weil ich einen Pickel auf der Nase hatte und ich habe sehr viel geheult, als ich kein Geld hatte. Irgendwann bin ich draufgekommen, beim Heulen zu duschen. Dann verbraucht man nicht so viele Taschentücher. Rainer? Wie viel rein? Ja. Sollte Wie immer? Was? Bier? Mit Cola? Ja, wie immer. Zeig doch. Na, und erst mal. Hi, I'm Vodka on the Rocks. Ein Vodka, 4,50. Äh, stimmt so. Du kennst dich doch mit Technik aus, was? Was guckt der denn so? Der ist ja überhaupt nicht mein Typ. Immer wenn ich hier ins Netz will, kommt diese Meldung. Musst du einfach wegklicken. Vielleicht sollte ich einfach nach Hause gehen. Hat ja eh alles keinen Sinn. Warum weint ihr jetzt? Stopp zurück. Ach, egal. Was will der denn jetzt? Kommt der jetzt hierher? Entschuldigung, darf ich mich setzen? Ja, klar, gerne. Hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin auch meistens nur nachmittags hier. Aber auch nicht so oft. Ich hier ja nur abends. Ist das nachmittags anders? Ich mein, äh, mehr gemischt. Nicht nur Lesben und Schwule. Keine Ahnung. Ich glaub eigentlich genauso viel Lesben und Schwule. Aber vielleicht ist die Atmosphäre ein bisschen anders. Der Akzent liegt dann mehr auf dem Kaffee trinken und nicht so sehr auf dem lesbisch oder schwul sein. Die haben ja auch ganz tollen Kuchen. Ich mein, ich hab den natürlich schon in der Vitrine stehen sehen. Aber dass der lecker ist, das... hätte ich nicht gedacht. Doch. Sehr. Wollt ihr noch was? Ja. Wollt ihr noch? Wollt ihr noch was? Wollt ihr noch was? Wollt ihr noch was? Wollt ihr noch was? If you just open your eyes Mein Busen ist klein, aber nicht so klein, wie man vielleicht denkt. Gott sei Dank ist die Unterwäsche tipptopp. Sie sind... Morgen ist es warm. Jetzt kommt's. Ich muss los, 5.09. Und viel zu spät zur Wahl. Was arbeitest du denn? IT. Informatik. Computer. War wirklich sehr schön. Danke. So was sagt man zu einer Prostituierten. Ich rufe dich an. Er hat meine Nummer gar nicht. Jetzt tu nicht so, als wenn ich ein Idiot wäre mit meinen Problemen. Senta, ich hatte heute einen super stressigen Tag. Meine ganze Familie ist krank und ich muss morgen wieder um 6 Uhr raus. Sag halt, dass du keine Zeit hast. Es dreht sich nicht immer alles nur um dich. Ach so, aber um dich. Und deine Windpoppen und dein tolles Zuhause. Hier drin kannst du nicht rauchen. Hatte ich auch nicht vor. Senta, ich bin mir sicher, das ist kein Drama. Morgen meldet der sich. Spreche ich endlich Chinesisch? Kürst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Neu strukturieren Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bitte. Okay, wir drei sind jetzt wieder da. Wir sprechen jetzt zunächst auf dem virtuellen Podium und öffnen später das Ganze für Fragen aus dem Publikum. Sie haben schon angedeutet, zunächst geht die Frage an Frau Harniker und dann an Herrn Rebhandel, dass Sie keine so ganz große Freundin der Treffen sich zwei Verfilmungs sind. Vielleicht formulieren Sie nochmal, was Sie an dem Film nicht mögen. Und Sie haben ja jetzt diese beiden Szenen, die ich ehrlich gesagt ziemlich stark finde. Ich sage auch gleich, warum ich sie stark finde, gesehen. Vielleicht können Sie auch da kommentieren, was Ihnen nicht gefällt. Ich muss sagen, ich habe den Film ja jetzt schon seit fünf Jahren nicht mehr gesehen. Und jetzt fand ich es eigentlich auch besser. Das kann eben damit zusammenhängen, also mit dem Abstand, den ich sowohl, also jetzt nicht nur von dem Film habe, sondern auch von dem Buch, das ich ja vor vielen, vielen Jahren schon geschrieben habe. Was mir grundsätzlich an dem Film nicht gefällt, ist, dass es so viele Sex-Szenen gibt. Während ich, was ich ja gerade auch vorgelesen habe, in dem Roman streng darauf geachtet habe, dass es zwar nur um das eine geht, es aber nie, nie geschildert wird. Darf ich ganz kurz dazwischen? Ja, bitte, bitte. Ich glaube, das stimmt nicht. Das ist ja ein ZDF-Fernsehfilm. Es gibt keinen Kotz, einen ZDF-Fernsehfilm. Also das ist exakt die Aposiopesen-Struktur, die sie auch verwenden. Also sozusagen, die umarmen sich, reißen sich die Kleider von den Körpern und wachen am nächsten Morgen wieder auf. Also bis auf die Szene da auf dem Dach gibt es eigentlich keinen Sex. Und auch da sieht man nichts, weil alle ihre Kleider anhaben. Ja, es geht ja nicht darum, dass man es nicht sieht, aber es wird... Es wird aber dezidiert auch ausgespart. Also sozusagen, es ist fast so wie bei Ihnen. Okay, dann, okay, dann würde man sagen, okay, also da müsste ich jetzt den ganzen Filmen nochmal anschauen, dann würde ich es vielleicht auch so sehen. Aber ich war halt schon entsetzt, dass dieser Film schon mit so einer Szene anfängt. Und dann habe ich gesagt, das ist doch falsch, darum geht es doch gar nicht. Oder das soll doch nicht sein, eher so. Aber ich danke Ihnen jetzt, dass Sie gesagt haben, dass es im Fernsehspiel eigentlich genauso ist wie mein Buch. Naja, gut. Jetzt soll mal Herr Rebantl was sagen. Ja, Herr Rebantl, Sie sind der Mann vom Fach vom Filmfach. Was ist Ihrer Meinung nach, Frau von Ribbeck, ein guter Fernsehfilm gelungen? Was halten Sie von diesen beiden Clips, die wir gerade gesehen haben? Sie müssten Ihre Stummstellung aufheben. Hallo. Ich würde glauben, dass Frau von Ribbeck ein typischer Fernsehfilm gelungen ist, ja. Und das ist schon eine bestimmte Kategorie, auch die über die Gelungenheit etwas aufsagt. Aber ich glaube, es ist nicht meine Aufgabe hier, quasi den Film zu kritisieren, sondern wir wollen vielleicht von Iris noch ein bisschen genauer hören, ja. Was denn, welche Aspekte es zum Beispiel an dieser Literaturverfilmung geben kann, die uns ein bisschen allgemeiner auch etwas über diesen Vorgang eben sagt. Und in unserem kleinen Vorgespräch haben Iris und ich auch uns gedacht, wir könnten dann auch noch ein bisschen allgemeiner auf Literaturverfilmungen eingehen, die ihr auch sehr gut gefallen. Und überhaupt, weil sie ja nicht nur eine Autorin ist, sondern auch eine große Leserin, ihre Bücher sind ja auch die Produkte einer großen Leserin, ja, dass wir ein bisschen eben auch die Beziehung von anderen Büchern, die hier wertvoll, teuer sind, ja, zu den Adaptionen und so weiter besprechen. Mich würde ganz ehrlich jetzt so mit meinem professionellen Blick auf so einen Film zuerst einmal interessieren, was das Erste ist, Iris, dass dir, also noch vor vielleicht sogar dieser Sache mit den Sex-Szenen, das finde ich nämlich jetzt wiederum interessant, dass die Frau Liebrandt das im Grunde ein bisschen anders gesehen hat als du, ja. Aber ist es nicht so, dass man zuerst einmal bei den Figuren einsetzt, und das heißt konkret bei der Besetzung, dass man also, du hast zwei Figuren im Kopf gehabt, ja, in unterschiedlicher, würde ich jetzt einmal sagen, anatomischer, physiognomischer Konkretion. Nun hast du es mit zwei konkreten Schauspielern zu tun. Wie ging es dir mit dieser Besetzung zuerst einmal? Die Besetzung ist so, dass ich Nicolette Krebitz auch sehr, sehr schätze. Die finde ich wunderbar. Also meine Sente, als ich sie geschrieben habe, die sah eher aus wie Veronika Ferres, also so blond und so. Aber spielen können, also die hätte das nicht spielen können. Und Nicolette Krebitz schätze ich wirklich sehr. Und es hat mich sehr gefreut, dass die da gewählt wurde. Und den männlichen Darsteller, da sollte eigentlich Fabian Hinrichs, war da irgendwie als erster angedacht, den ich auch außerordentlich schätze. Und das hätte mich sehr, sehr gefreut. Und der konnte dann aber irgendwie nicht. Und der Zweite, den sie gefragt haben, konnte auch nicht. Und dann haben sie Clemens Schick genommen, den ich nicht so schätze, sagen wir es mal so. Ja, also das kann ich nur sagen. Den finde ich keinen so großen Schauspieler. Also der ist, der Nicolette Krebitz, nicht gewachsen in gewisser Weise. Könntest du vielleicht noch kurz zu beschreiben versuchen, was Clemens Schick, welche Probleme er deiner Meinung nach mit dieser Figur hat, die du dir damals ausgedacht hast? Denn da stimmt, für meine Begriffe passt da tatsächlich einiges nicht ganz zusammen, auch von dem Verständnis, was du überhaupt für einen Mann da geschildert hast. Ja, der Mann, den ich geschildert habe, ich glaube, das kann ich nicht so genau sagen. Ich glaube, das kann ich nicht so genau sagen. Sag du das mal, du kannst sowas besser. Du hast es gelernt oder du übst. Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass ein gewisses Unbehagen, das er mit dieser Rolle hat, dass man ihm das recht deutlich angesehen hat. Also dass Clemens Schick gewissermaßen mit dieser Figur, mit dem Drehbuch im Grunde nie so richtig in eins gekommen ist. Und ich meine, eine kleine Hypothese geht in die Richtung, dass du ja mit ihm auch so etwas wie einen technokratischen Charakter auf eine gewisse Weise schilderst, der also auch schwieriger zu spielen ist im Grunde als die Nicolette Krebitz, die ja auch erstens die Identifikationsfigur, die erste eigentlich Identifikationsfigur, ein Roman einer Frau über eine Frau. Ja, ich glaube, da gibt es von vornherein ein gewisses Ungleichgewicht auch zwischen den beiden Rollen möglicherweise. Das kann sein. Und dann kommt aber noch, also das ist interessant, dass du sagst, dass er mit dieser Figur nicht so richtig zurechtgekommen ist. Es kommt dann auch hinzu, dass der spul ist. Und das hat mir später jemand gesagt. Und dann habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich das Problem, dass der halt ein größerer Schauspieler sein müsste, um das komplett auszuschalten. Und ich kann mir vorstellen, dass der einfach diese Erfahrung gar nicht hat oder diese Art von Wahnsinn mit einer Frau. Das kennt der gar nicht, weil ihn anderer Wahnsinn interessieren. Wie gesagt, das wäre alles nicht schlimm. Das würde man gar nicht merken, wenn er eben ein besserer Schauspieler wäre. Und ich finde, er ist kein so toller Schauspieler. Wie gesagt, du kannst es aber besser schildern. Ich habe dann irgendwie, das sind mehr so menschliche Sachen und du kannst es mehr von so einem filmtechnischen oder überhaupt schauspieltechnischen Standpunkt ausschildern. Darf ich ganz kurz dazwischen? Ich finde, Sie haben beide recht. Aber ehrlich gesagt finde ich es nicht so schlimm in dem Fall. Also manchmal sind schlechte Schauspieler eine ganz ideale Besetzung. Es geht ja sozusagen auch ganz viel um Unbeholfenheit und sozusagen die Schwierigkeit, sozusagen miteinander die Rollen zu finden für diese Liebe und so. Und da finde ich diesen etwas starksigen und unbeholfenen Schauspieler, der einen starksigen und unbeholfenen Menschen spielt, finde ich gar nicht so schlecht. Also natürlich haben Sie recht sozusagen, dass, also Nicolette Krewitz ist eine Naturgewalt und es ist die viel, viel dankbare Rolle und sie ist die bessere Schauspielerin. Aber sozusagen für den Gesamteffekt finde ich das nicht so schlecht. Ja. Ich werde kurz eine Gedanken noch versuchen, denn ich würde das eigentlich ganz gern ein bisschen von der Frage wegbringen, ob Clemens Schick ein guter oder ein schlechter oder ein wie immer qualitativ hochwertiger Schauspieler ist. Und ich würde es im Grunde auch von der Frage wegbringen, ob er homosexuell ist oder nicht. Ich hatte den Eindruck, dass er mit dieser Rolle aus strukturellen oder konzeptuellen Gründen viel schwieriger arbeiten musste als Nicolette Krewitz mit ihrer Rolle, weil dieses Genre und deswegen, und ich glaube, ich habe auch deswegen diese zweite Szene eben ausgesucht oder vorgeschlagen. Das Genre ist im Grunde ein weiblich konnotiertes Genre. Und wir haben es ja auch mit zwei Autorinnen, einer Regisseurin und ich glaube auch unterstellen zu können, mit einem primär größeren weiblichen Zielpublikum als einem männlichen Zielpublikum zu tun, obwohl der Roman ja darauf ausgelegt ist, dass tatsächlich eine gelungene, bis zu einem gewissen Grad gelingende Liebesbeziehung auf einer Augenhöhe entsteht, trotz ihrer Unwahrscheinlichkeit. Und ich finde, dass hat die Verfilmung so ein bisschen wieder einkassiert. Das ist jetzt ein typischer Fernsehfilm, in dem die Nicolette Krewitz aus guten Gründen, aber auch aus gewollten Gründen dominiert. Dazu darf ich doch kurz vielleicht sagen, es freut mich, Bert, dass du das ein bisschen sachlicher darstellen kannst, dass es mir beim Schreiben auch sehr darauf ankam, dass die weibliche und die männliche Figur gleichwertig sind. Und ich habe mich bei einer Lesung am meisten darüber gefreut, da sagte ein Mann, er findet es toll, wie ich diese männliche Figur geschildert habe. Und das fand ich das größte Kompliment, dachte ich, es ist mir auch gelungen. Und dann freut mich, Bert, dass du das erklären kannst, warum es jetzt irgendwie nicht so hingehauen hat oder warum es anders ist, als ich es mir vorgestellt hätte. Ich glaube, das hat viel mit Genre und Gattungsfragen auch zu tun. Deswegen eine Frage jetzt nochmal an dich. Die zweite Szene, die ich ausgesucht habe, ist ja im Grunde eine Slapstick-Szene. Primär eine Komödien-Szene, aber wirklich im genaueren Satz eine Slapstick-Szene. Wie weit ist denn das bei dir in deinem Buch, deiner Einschätzung nach, noch eher implizit gewesen? Oder hast du dein Buch auch schon ausdrücklich als Komödie verstanden? Denn ich habe ein bisschen den Eindruck, da hat die Frau Riebeck auch etwas noch nach außen geholt, was dem Buch natürlich schon da war, aber eben auch noch ein bisschen verdeutlicht, um es vorsichtig zu sagen. Ja, die zweite Szene fand ich nicht so schlecht. Also ich fand die ganz lustig und die gibt das Buch auch her, so würde ich das sagen. Also dann, der störe ich mich nicht. Das Buch gibt es ja, aber es ist im Grunde schon auch so eine Vereindeutigung des Buches, oder? Das kann man sagen, ja, aber das sind ja dann auch diese sechs angedeuteten Sex-Szene, wie Frau Liebrandt sagen würde, die sind ja auch eine Vereindeutigung. Also das, was implizit mitschwingt, das wird dann, man sieht es dann als Bild. Darf ich nochmal rein? Also ich finde die Szene, insbesondere die zweite Szene, kommt einen Tick zu schlecht weg. Also natürlich ist das, das ist Slapstick, das ist irgendwie auch ein bisschen Screwball, das ist auch so ein bisschen Sophisticated Comedy und natürlich ist das ein weibliches Genre. Und irgendwie, wir haben im Classical Hollywood Cinema halt das Glück, dass dann Gary Grant da mitspielt. Wer kann das, also irgendwie, das ist attraktiver als Clemens Schick, jenseits von Schauspielqualität. Jenseits. Aber ich finde, die, also was, also wenn wir uns so Literaturverfilmungen angucken, dann ist es immer schwierig mit sowas wie Werktreue zu argumentieren und zu fragen, ist das in dem Roman schon drin oder ist das in dem Roman nicht drin. Natürlich sozusagen macht ein Film dann was da mit und bietet eine Lektüre an und macht Vorschläge. Und was hier wirklich klasse ist, finde ich, ist, dass so gezeigt wird, also die sitzt da vorher mit ihrer Freundin und sagt, mach doch, es ist alles kein Drama. Und natürlich ist es ein Drama, sie geht dann in die Firma und macht das Drama drauf. Dann ist lieber ein Versteckspiel, dann sagt diese Freundin, es dreht sich nicht alles um dich. Und das ist das einzige Mal in dem Film, in dem Clemens Schick, als er sie anspricht, nicht Center sagt, sondern Center, also wie Center. Also dann irgendwie spielt sie da am Computer ihres Kommunikationsfachmann-Geliebten herum, der alles andere als ein Kommunikationsfachmann in menschlichen Fragen ist. Das ist tatsächlich lustig. Und auch sozusagen lieber als Bekenntnis da in diesem Aufzug. Da macht sie fast so eine Form von Denglisch. Hübsch, das kommt ja bei ihnen in Echos Kammer auf eine verschobene Weise auch. Und hübsch ist auch bei dieser Liebesgeschichte diese Verschränkung in dieser zweiten Szene zwischen öffentlicher und privater Sphäre. Also ich finde, und großartig ist die amerikanische Delegation mit den Kurzarm, Oberhemden und Schlipsen. Also ich finde, das ist natürlich ein deutscher Fernsehfilm, und da wächst man nicht in den Olymp. Aber diese Szene ist wirklich stark. Genau, also die, sie ist auch einfach gut gelungen, weil sie tatsächlich filmisch arbeitet, ja, weil sie mit Dingen, die man in einem Buch, in einem Text natürlich schwierig hinkriegt. Iris kann natürlich auch schreiben, sie musste sich unter den Schreibtisch stucken und so weiter oder 14 Punkte ruten plötzlich auf ihr und sie fühlte sich ertappt und so weiter, ja. Aber dafür ist nun einmal das Kino tatsächlich sehr viel besser geeignet, ja. Vielleicht fragen wir ein bisschen jetzt allgemeiner, Iris, ja. Wenn man einen Text schreibt, so wie du dieses Buch, ja, das tatsächlich eben, die Frau Liebrand hat das Stichwort ja auch schon geprägt, gebraucht, sehr stark eben intertextuell strukturiert ist, in dem also sehr, sehr viel Medienalltag eben schon von vornherein eingeht, ja, das dann in der Verfilmung für das ZDF bis zu einem gewissen Grad natürlich notwendigerweise, es geht gar nicht anders, so ein bisschen vereinfacht werden muss, ja. Wie viel steckt denn da doch vielleicht sogar ein kleines Moment von Tränkung noch drinnen, die gar nicht persönlich ist, die gewissermaßen strukturell ist, Iris? Ja, das ist wahrscheinlich ein Grund, warum ich erstmal den Film nicht so toll fand, weil strukturelle Kränkung hört sich irgendwie ganz gut an als Grund. Ich hätte mir gedacht, dass dieses Buch, das ja eben nicht so geradeaus durcherzählt ist und das, wo es extrem viele, also praktisch Ausgänge gibt in andere Bücher oder in Lieder oder vielleicht sogar auch in andere Filme, dass das jemand, wenn er es verfilmt, als Sprungbrett dafür nimmt, dass er auch irgendwie überall hingeht und jetzt nicht so eine normale Geschichte draus macht, die man dann irgendwie auch normal nacherzählen kann, sondern irgendwie auch einen wilden Film. Und der Film ist nicht so richtig wild. Es kann sein, dass es das ist, was mir da nicht so gefallen hat. Nicolette Küritz hat das gespürt und deshalb hat sie danach ihren Film wild produziert und Regie geführt. Das wäre natürlich, wenn ich dazu beigetragen hätte, dass ich diesen großartigen Film mache, dann wäre es natürlich alles für gehen. Darf ich nochmal irgendwie versuchen, ein bisschen Werbung für den Film zu machen? Also was mir ganz gut, also natürlich, da haben sie natürlich recht. Also dieses Dichte, diese vielen Ausgänge, diese vielen Texte, diese viele Genres, das macht wirklich unglaublich viel Vergnügen, wenn man ihren Text liest. Das irgendwie, das liefert der Film nicht, sondern der konventionalisiert auf eine Weise schon. Aber der bemüht sich natürlich schon irgendwie schon auch um Ironie und doppelten Boden. Und es ist keine rosamunde Pilcher-Verfilmung. Also die versuchen das mit der vierten Wand, was ganz gut funktioniert, was manchmal, die haben manchmal ganz, ganz schöne Parallelmontagen. Es gibt diese schöne Szene, ich weiß, sie mögen diese Dachszene am Anfang nicht, aber wo die Welt auf dem Kopf steht, als sie sozusagen sich da gerade umbringen will und sich dann kurzfristig wieder anders überlegt. Oder diese Szene, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben im Café, mit diesen Lichteffekten, wo dann beide füreinander so erstrahlen. Also wo so irgendwie Topiken von Liebesbegegnungen, die wir in Standardfilmen kennen, aufgenommen werden, aber natürlich schon irgendwie auch ironisch so ein bisschen unterlaufen. Also natürlich sind die Mittel und die Strategien anderer sozusagen, das ist sozusagen auch ein anderes Format, das zielt auf ein anderes Publikum. Aber mein Mantra heute Abend ist, zu sagen, so schlecht ist der Film nicht. Nein, das sagen auch viele Leute, haben schon gesagt, sie finden den Film irgendwie ganz gut, haben sich amüsiert, alles weiter. Insofern kann er gar nicht so schlecht sein. Und jetzt, als ich ja vorhin diese Szene, wo sie sich kennenlernen wiedergesehen haben, dieses, das hat sie schon schön gemacht, also da mit diesen komischen, dieses weiche Licht und so weiter, das ist schon toll. Hier ist vielleicht noch einmal so gefragt, in der hohen Literatur oder in der, ich sage jetzt mit Anführungszeichen, in der richtigen Literatur und im richtigen Kino, bis zur richtigen Literatur, gibt es ja im Grunde schon so diesen kleinen, unausgesprochenen Wettbewerb, dass man als Romanautorin am besten einen Roman schreibt, der unverfilmbar ist. Und erst dann ist er wirklich literaturspezifisch und ist also im eigentlichen Sinne Literatur. Und bist du nicht auch ein bisschen, bei Joyce und so weiter hat es ja auch nichts geholfen, aber im Grunde ändert das nichts daran, dass der Ulysses unverfilmbar ist. Und bist du nicht im Grunde von deinem Autorinnentemperament ein bisschen geneigt dazu, eben auch Bücher zu schreiben, die unverfilmbar sind und du hast dich aus pragmatischen Gründen da zwar darauf eingelassen, aber im Grunde ist doch, treffen sich zwei unverfilmbar, oder? Ja, so würde ich das auch sehen. Und ich habe das auch ja in meinem Vortrag gesagt vor zwei Wochen, dass ich also auch Wert darauf lege, dass ich mich wirklich im Reich der Schrift bewege. Und ich meine, in diesem Buch ist auch viel, deswegen funktioniert das E-Book auch nicht so richtig. Es gibt kurze Kapitel, es gibt viele kleine einzelne Absätze, es gibt diese konservierten Einschübe und so weiter. Also all das sind Schrift, also typografische Elemente, die für mich dazugehören, diese Geschichte zu erzählen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt extra vornehme, ein Buch zu schreiben, das man nicht verfilmen kann, sondern es ergibt sich so. Also es geschieht alles nicht sehr geplant und so weiter, aber so ist es dann halt, so schreibe ich halt. Genau. Um so ganz kurz zu akzentuieren, das gleiche Argument auch von der Seite des Kinos. Es gab in der Geschichte des Kinos im Grunde eine Bestrebung, das hat sich vor allem besonders deutlich gezeigt, im Übergang zwischen Schumpfilm und Tonfilm, ein filmisches Erzählen zu schaffen, das im Grunde ohne den Dialog auskäme und reiner Film wäre. Das hat sich auch gesetzt. Und Frau Liebrand hat es schon erwähnt, aus guten Gründen, niemand hätte auf das Groupwall Comedy verzichten wollen und so weiter. Das heißt, der Film ist natürlich auch ein Dialogmedium geworden, ein Identifikationsmedium und so weiter. Aber es gibt die Geschichte auch von der anderen Seite im Grunde auch. Das Ideal wäre, einen Film zu schaffen, der die Literatur nicht braucht. Gehen wir es vielleicht von einer etwas anderen Seite noch einmal an. Es gibt ja zahlreiche Literaturverfilmungen, die dir gut gefallen. Und es gibt auch Bücher, die gut verfilmt worden sind. Vielleicht fällt dir ja spontan ein Beispiel ein, sodass wir es von einer anderen Seite noch einmal beleuchten können, wo du diesen Übergang oder diese strukturelle Unmöglichkeit vielleicht sogar aufgehoben und gelungen umgesetzt findest. Sehr gelungen umgesetzt ist das In Apocalypse Now von Coppola, der eine Geschichte von Joseph Conrad, die irgendwie dann um 1900 spielt, irgendwie in den Vietnamkrieg versetzt. Und der, ja, ich kann es jetzt nicht gut beschreiben, aber es ist im Prinzip eine Literaturverfilmung. Tatsächlich ist es aber ein Film über den, ein Literaturverfilm im 19. Jahrhundert, tatsächlich aber ein Film über den Vietnamkrieg. Und deswegen, da kann man dann zeigen, oder es wäre ein Beispiel dafür, für meine Theorie, dass eben ein Buch und ein Film irgendwie praktisch nur einen, die haben einen Berührungspunkt, das ist der Plot. Und ansonsten gehen sie in völlig verschiedene Richtungen. Und ich meine, dieser Wahnsinn, der also den Joseph Conrad schildert, der wird dann eben über den Coppola eben um diesen ganzen Vietnamkrieg zu schildern. Und beides ist großartig. Es ist ein großartiges Buch und es ist ein großartiger Film. Genau, das ist genial. Bei Apocalypse Now liegt im Grunde in diesem Prozess einer Translatio, im Doppelgeschichte, der Plot, die Geschichte, die Struktur, diese Reise ins Herz der Finsternis, nach Afrika, wird übertragen und auch übersetzt an einen anderen Ort, in eine andere historische Periode. Aber was bleibt, ist im Grunde die Struktur, die mythische Struktur, vor allem die Erkenntniskraft des Mythischen in diesem Zusammenhang, dass man im Innersten des Kolonialismus im Grunde einen verrückten westlichen Mann findet, einen aus komplett psychischen und in jeder Hinsicht zerstörten westliches Subjekt findet. Ja, das ist natürlich genial. Ja. Mich würde interessieren, darf ich dazwischen und eine andere Verfilmung von einer Autorin, die sich dezidiert auch nicht verfilmen lässt, wenn wir sozusagen bei der Argumentation bleiben, die Sie vorschlagen, das wäre Jelineks Klavierspielerin und der Harnicke-Film. Das Beispiel. Ich finde ja, man kann Literatur verfilmen, sozusagen, es gibt sozusagen nur einen Prozess, in dem dann was passiert und natürlich arbeiten beide Medien mit völlig unterschiedlichen Mitteln. Aber mich interessiert sehr, was Sie von diesem Harnicke-Projekt halten. Ich erinnere mich, also es ist ja auch schon eine Weile her, dass der Film rauskam und so. Ich erinnere mich, dass er mir, glaube ich, gefallen hat und dass ich da, glaube ich, richtig verstanden habe, worum es in dem Buch eigentlich geht. Also das ist am Ende, es ist ja so, dass diese Hauptfigur, die möchte ja gerne ein Verhältnis haben mit diesem Typen und dann wird das aber alles nicht und ich weiß es nicht mehr genau. Also es ist jedenfalls so, dass der nicht kapiert, was sie eigentlich will und dadurch alles kaputt macht. Oder er ist zu... Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich kann über den Film es leider wenig sagen, aber ich erinnere mich, dass mir der Film gut gefallen hat. Vielleicht kann ich da auch noch was ergänzen, denn Jelenik ist natürlich ein hochinteressantes Beispiel, weil sie im Grunde natürlich schon auch unverfilmbare Texte schreibt, im besten Sinne. Ja, es sind aber eine ganze Reihe von denen auch verfilmt worden, zum Teil auch relativ konventionell. Also ein frühes Werk sogar hat im Grunde so eine Art Genreverfilmung gefunden. Ich glaube, der Film hieß die Ausgesperrten, kann es sein. Aber vor allem gab es kürzlich, vor einem Jahr, erst oder vor zwei Jahren, eine Verfilmung von ihrem vielleicht besten Roman oder einem ihrer besten Romanen, nämlich Die Kinder der Toten. Verfilmt worden? Ja, und zwar auf eine Weise, die nun, und das ist interessant, tatsächlich den Roman im besten Sinne getroffen hat und sich trotzdem von ihm entfernt hat. Die Gruppe, die das gemacht hat, war das Nature Theater auf Oklahoma und die haben da im Grunde in Form einer Großperformance, im steirischen, muss man ehrlich sagen, etwas gemacht, was wirklich genuin eigen wiederum war. Und das ist ein Beispiel, an dem könnte man studieren, was autonome Literaturverfilmung mit einem Text im besten Sinne an Verfremdung leistet, um den Text dann besser zu treffen. Gehen wir jetzt noch einmal vielleicht zurück zu einem Aspekt von Treffen sich zwei, Iris, denn mir ist da noch eine Stelle in Erinnerung, die in dem Buch mir sehr wichtig erschien, noch einmal zum Verständnis der beiden Figuren. Du ordnest ja den beiden Figuren zwei Subjektivitäten zu, auch der Gestalt, dass du sagst, sie ist diejenige, die sich an Dinge so erinnert wie an Filmszenen, während er ein im Grunde abstraktes Gedächtnis hat und sich nur Buchstaben und Zahlen merken kann. Das heißt, er hat ein ganz anderes Gehirn im Grunde, müsste man jetzt auch sagen. Und ist nicht auch das schon ein Aspekt, in dem du selber begriffen hast, dass die Verschiedenheit dieser beiden Figuren, die dann zu den Schwierigkeiten der beiden Schauspieler geführt haben, dass die einen Medienaspekt haben im Grunde, einen medienteoretischen Aspekt haben. Sie ist im Grunde die filmische Erlebende schon. Und er ist der, der einen Film nie hineinfinden wird. Es ist also aber extrem schön interpretiert. Was soll ich dazu sagen? Vielen Dank, lieber Bert. Ich würde vorschlagen, wir geben jetzt zumindest die Möglichkeit, dass Zuhörer, die sich gerne in die Debatte einschalten wollen, dazu die Chance haben. Bis sie das tun, also ich sehe die dann im Zweifelsfalle in meiner Chatfunktion. Herr Rebhandel, geht sozusagen der Ball nochmal an Sie. Können wir noch ein bisschen weitersprechen? Ja. Jetzt hätte ich noch eine Frage zu der ersten Szene, die wir gerade gesehen haben, also zur Kennenlernen-Szene. Ich hoffe, du erinnerst dich im Detail genug an das Buch, denn ich erinnere mich an das gerade jetzt nicht mehr. Er kommt in der Szene, die wir gesehen haben. Er tritt aus der Toilette wieder in den Raum im Café und nestelt an seinem Hosenlatz herum. Das steht nicht im Buch. Das ist nämlich wichtig. Ein Detail, dass in dieser Szene etwas über diese Figur sagt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass sie nicht im Buch steht, denn das ist im Grunde so ein bisschen auch ein unbeholfenes Detail, mit dem vielleicht die Regisseurin oder die beiden Autorinnen uns noch etwas über diesen Mann zeigen wollten. Aber im Grunde ist es so ein bisschen, und ich war mir nicht mal ganz sicher, aber ich war mir im Grunde fast sicher, weil ich literarisch zutrauen zu dir als Literarist. Da steht nicht im Buch. Da steht nicht im Buch. Ich habe jetzt eine Frage zu transportieren. Ja. Von einem, die mir hier im Chat zugekommen ist. Da werden Sie gefragt, Frau Hanika, also es wird darauf Bezug genommen, dass Sie die Liebesinszenierung des Films ja kritisiert haben, das sei vereindeutigt worden. Und jetzt werden Sie gefragt, was für Möglichkeiten Sie denn sehen, mehr Dimensionen in Sache Liebe filmisch zu transportieren und welche Momente, die Ihnen beim Schreiben wichtig gewesen seien, Wildheit, Andeutung, Doppelwürdigkeit, Ironie, hätten Sie sich im Film stärker vertreten gewünscht? Ja, das ist es ja, was ich gerade gesagt habe. Ich hätte mir gewünscht, dass da jemand, der wirklich ein verrückter Regisseur quasi ist, der irgendwas braucht, wo er von ausgehen kann, um seine verrückten Ideen oder seine umzusetzen. Ich wollte jetzt nicht, dass jemand irgendwie mein Buch in eine Form bringt, die dann dem Buch entspricht, sondern ich hätte mir gewünscht, dass jemand dieses Buch in einen super Film verwandelt, der mit filmischen Mitteln arbeitet, der eben kein ZDF-Fernsehspiel ist, sondern was anderes und er als filmische Mittel mehr einsetzt. Sie haben, oder Bert, dieses vorhin erwähnt, dass Sie da einmal unter dem Schreibtisch sitzt, das ist jetzt dargestellt, ich weiß nicht genau, ob man das ein filmisches Mittel nennen kann, aber ich würde sagen, ich bin nicht diejenige, die sagen sollte, wie so ein Film aussehen könnte, sondern das müsste eben jemand wissen und machen, der Filme macht. Das ist mein Genre. Und die Kleist, der muss ja überhaupt nicht in irgendeinem Film vorkommen. Oder man hätte umgekehrt vielleicht einfach einen Film über Heinrich von Kleist machen können, der dann irgendwie immer gestört wird von den 200 Jahre später, und was 200 Jahre später in Berlin passiert, zum Beispiel. Und ich habe jetzt noch eine zweite Frage, die ich reinbekommen habe und die geht an Sie, Herr Rebhandel. Da schreibt ein Diskutant, dass ihm die zweite Szene auch, oder ihr die zweite Szene auch gut gefallen hat, aber ihm oder ihr die Fachtermini fehlen, um am Beispiel dieser Szene zu begreifen, welche filmischen Mitteln hier eingesetzt worden seien, Kameraentstellung, Perspektivwechsel und so weiter. Wollen Sie dazu was sagen, oder ist das zu konventionelles Kino und Sie wollen dazu nichts sagen? Nein, ich kann gern was dazu sagen. Möchtest du was dazu sagen, Iris? Nein, du bist der Experte. Ja, ich glaube, die Szene hat eben auch deswegen Sinn gemacht, die sie gezeigt haben, weil sie eben zeigt, was das Kino kann, was die Literatur wiederum nicht so gut kann oder was die Literatur nur mit großem Aufwand können könnte. Am besten kann man es vielleicht schildern, am Beispiel des Schlusses der Szene, wo sie dann im Aufzug steht mit diesen Männern, und wo im Grunde diese Peinlichkeit, die die ganze Szene durchzogen hat, nämlich wo sieht sie jemanden, in welcher Situation wird sie gerade angeblickt und entdeckt, wo möchte sie nicht gesehen werden. Im Aufzug hat sie dann überhaupt keine Chance mehr, irgendwo hin auszuweichen. Sie steht aber dann, und das ist schon einmal per se komisch, diesen Männern gegenüber, die sie eigentlich gar nicht verstehen, die sie schon gar nicht verstehen können in ihrem Liebeschaos oder in ihrer Riesenliebe. Und dann macht sie eben etwas, und das ist aber, finde ich, ein Effekt, der aus dem Buch übernommen wurde, oder dann macht sie eben etwas, dass sie die Flucht nach vorne antritt, eine Konfession ablegt. Da sieht man natürlich dann schon auch, dass Nicolette Grebitz eine sehr, sehr gute Schauspielerin ist, weil was sie dann mit Mundwickel und Augen usw. macht, das ist einfach auch im Detail sehr, sehr gut. Und das ist gleichzeitig aber eben, man könnte es mit dem Fachterminus, würde man sagen, eine Deadpan-Szene, weil ihr gegenüber sind eben diese Attrappen, die gar nicht reagieren können, die dumpf sind. Sie verausgabt sich eigentlich gegenüber einem Publikum, das überhaupt nicht empfänglich ist. Und das ist wiederum auch per se komisch. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Schlussfolgerung aus dem ganzen Ablauf dieser Szenen. Und ich habe jetzt noch eine weitere Frage, die geht an Sie, Frau Haniker. Die muss ich vorlesen, weil ich sie, glaube ich, nicht ganz verstehe. Aber Sie verstehen sie sicherlich. Also der Diskutant schreibt, ich verstehe Ihre Äußerungen, Frau Haniker, zum dezidierten Nichtbeschreibung von Handlungen, als Interesse am Offenlassen von Deutungsmöglichkeiten, zum Beispiel am Offenlassen der Zuschreibungen, die möglich sind, wenn man über die Liebe und ihre Spielarten schreibt. Dafür spricht ja auch, dass die Figuren so gezeichnet werden, dass sie sich selbst nicht sicher sind, welche Spielart sie sich wünschen. Die Frage, die gestellt wird, ist, inwiefern ein solches Offenlassen von Deutungsmöglichkeiten selbst das begründet, was Sie in Ihrem Poetik-Vortrag beschrieben haben, das Ziel der Faktengenauigkeit, die trotz Fiktionalität dafür sorgen soll, dass die Lektüre des Textes die Leserinnen ergreift. Ergreift die Leserinnen also die Tatsache, dass es eben immer Deutungsoffenheit gibt? Ja, interessante Frage. Ich glaube, das Nichtbeschreiben von Sex-Szenen ist mir einfach darum, also ich würde sagen, das ist nichts, das ist nichts, wo man dann mit Deutungsoffenheit dagegen argumentieren könnte. Ich bin gegen solche Szenen, die Beschreibung solcher Szenen, weil sie dem Leser immer peinlich ist. Also wenn man sie liest, sind sie einem peinlich, weil man ja in der Regel, möchte man ja keine, also wenn man nicht jetzt explizit erotische Literatur liest, dann ist einem das Peinliche, es kommt einem zu nah. Ja, gleichzeitig ist das etwas, was der überwiegende Teil der Menschheit schon selbst erlebt hat und was immer ziemlich ähnlich und ziemlich gleich eigentlich ist und was man deswegen nicht nochmal beschrieben haben muss, vor allem, wenn es Fremde sind. Also man möchte es vielleicht gerade selber machen und nicht, ich würde sagen, da kann man, da haben Sie recht, also es ist dann nicht genau beschrieben im Buch, aber es geht eigentlich nur um diesen speziellen Vorgang in der Welt, der mir einfach zu privat ist und einerseits zu privat, andererseits zu allgemein bekannt und zu basal in gewisser Weise, um ihn zu beschreiben. Ja, ich hoffe, dass der Fragende, die Fragende zufrieden ist, ansonsten nochmal nachfragen. Okay. Ja. Ich habe... Noch was ergänzend dazu. Ja, bitte. Und auch noch einen Vorschlag machen, ja, denn dein Unbehagen hat ja auch eine große Tradition und eine begründete Tradition, ja, weil es beim Sex ja immer das Problem gibt, ja, dass der Anteil daran, der gewissermaßen allgemein ist, nämlich die Vereinigung zweier Körper, meistens Nacktheit, auch ein Begehren, das der Akt auslöst, bei denen, die zuschauen oder so, ja, das ist gewissermaßen das, was am wenigsten leicht zu beschreiben ist, weil es eben zu allgemein ist, ja, und das, was daran das Besondere ist, ist so in den Subjekten versteckt, gewissermaßen, dass man es auch mit einer guten Inszenierung oder mit den Mitteln, die das Kino da immer gesucht hat, schwer findet im Grunde und sehr viele Regisseurinnen, Regisseure haben sich im Grunde aus guten Gründen, haben sich da immer sehr zurückhaltend gezeigt, ja, und das andere ist natürlich die, wie soll man sagen, doch deutliche Konkurrenz durch die Pornografie, also ein Genre, das da reinen Tisch macht und alles nach vorne holt und in das Scheinwerferlicht stellt, ja, und überhaupt nichts von dem trifft, ja, warum die meisten Menschen überhaupt sich sexuell treffen wollen, ja, genau, und das ist eben, glaube ich, ich würde da fast noch den Aspekt der Deutungsintensität hinzufügen, zu dem der Deutungsoffenheit, ja, die bei dir in den Büchern ist sozusagen dieses Zusammenkommen durch Deutung, Intensität so stark geprägt, dass man das eh nicht treffen würde, ja, mit einer noch so raffinierten Inszenierung, also, ich danke dir. Eigentlich würde ich gern mit diesen Aussagen uns in den Abend verabschieden, wir haben aber jetzt noch eine Frage, die ich noch aufnehme, die tatsächlich zu diesem Kern, auf dieses Kernproblem zusteuert, um das wir heute Abend ja kreisen, um die Frage von Verfilmbarkeit, da werden Sie gefragt, Herr Rebhandel, und das ist die letzte Frage, mit der wir uns heute Abend beschäftigen, ob eine Verfilmung nicht eine Verfahrensweise des Mediums Film sei, den Stoff, den das Buch gibt, mit den Mitteln des Films zu erzählen, also eine Transposition der Literatur. Und dann wird gesagt, dass natürlich irgendwie bei einer Transposition immer etwas verloren geht. Ich würde, obwohl Optimismus gehört nicht zu meinen Kerneigenschaften, aber ich würde sagen, ja auch sagen, dass nicht nur Sachen verloren gehen, sondern es ist wie bei allen Transpositions- und Transfer- und Übersetzungssachen, es gibt nicht nur Losses, sondern es gibt auch Gains. Aber die Frage, die hier gestellt wird, ist quasi die Verfahrensweise des Mediums Films, den Stoff, den das Buch gibt, mit Mitteln des Films zu erzählen. Und was die Frau von Ribbeck ja auch machen musste, ist Stoff dazu zu erfinden, weil nicht so viel Stoff drin war, den sie verfilmen konnte. Und deshalb gibt es ja sozusagen diese ganzen Sachen, die sie da reingestopft hat. Herr Rebhandel. Ja, also wenn ich die Frage richtig verstehe, dann würde ich hier auf jeden Fall zustimmen. Es gibt kein unverfilmbares Buch, ganz genau, weil jedes Buch mit jeder Silbe, mit jedem Satz irgendein Material natürlich bereitstellt, auf das man sich beziehen kann und aus dem man etwas machen kann. Verfilmen heißt im Grunde, da gibt es ja auch Wortspiele drüber, beziehungsweise haben sich ja auch Leute lustig gemacht, verfilmen heißt dann wörtlich ja im Grunde auch etwas auf das falsche Gleis bringen. Was als Text auf einem guten Gleis ist, wird dann eben verschoben auf ein falsches Gleis. Aber es gibt so viele Beziehungen zwischen Text und Film oder es gibt so viele Formen von Adaption, dass man da, glaube ich, Verallgemeinerungen, man muss mit Verallgemeinerungen sehr vorsichtig sein. Aber ein Aspekt, der mir wichtig ist und damit könnte ich vielleicht sogar fast zu einem kleinen Schlusswort eben sprechen, gute Literaturverfilmungen sind solche, die in einem Umkehreffekt die Autonomie des literarischen Werks, auf dem sie beruhen, zum Strahlen bringen. Und das ist in meinem Verständnis nach bei Treffen sich zwei der Fall. Oh. Das ist ein Satz, mit dem müssen wir schließen. Auch mit dem Hoh von Frau Hanika danach. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden sehr, bei Frau Hanika, sehr bei Ihnen, Herr Rebhandel. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und bei den Diskutierenden. Und ich möchte jetzt abschließend noch auf die Werbung machen. Ich möchte auf die beiden noch verbleibenden Veranstaltungen der Reihe verweisen, auf das virtuelle Podiumsgespräch über die Sprache hinaus, Literatur und Musik, das am 9. Juni stattfinden wird. Und auf das Werkstattgespräch Echos Kammern, das vielleicht im Literaturhaus in Präsenz stattfinden kann. Das wird dann am 23. Juni stattfinden. Ihnen allen einen schönen Abend. Guten Abend.